Hallo und herzlich Willkommen zu Total Emotional, dem Podcast für Frauen. Wir sprechen über die ganz alltäglichen Gefühle, wie sie entstehen und was sie mit Dir machen. Fangen wir doch gleich an. Folge 5. Hast Du Krieg oder Frieden in Deinem Kopf? In der letzten Folge haben wir über das strafende Schweigen gesprochen. Ich habe Dir gezeigt, dass das strafende Schweigen nur funktioniert, wenn beide Spieler mitspielen. Sobald Du Dich abwendest, verliert es seinen Sinn. Dieses Prinzip lässt sich auch hier anwenden. Heute sprechen wir über Krieg oder Frieden im Kopf. Was heißt das genau? Ich meine damit, dass Du entscheiden kannst, auf wen Du wütend bist oder mit wem Du Dich streitest. Wäre es nicht großartig, wenn Du Dir aussuchen könntest, ob Du in einen Konflikt hineingehst oder nicht? Ist es nicht unvorstellbar entspannend, wenn Du einfach sagen könntest, ich streite mich nicht mit Dir, weil ich keine Lust habe? Wut ist etwas sehr Spontanes, eines unserer Urgefühle, das uns beschützen sollte. Wenn ich wütend bin, dann erhöht sich mein Herzschlag und mein Blutdruck steigt und ich bin bereit, um was zu tun. Na, um zu schreien und anzugreifen. Ich mache mich groß, ich blase mich auf, um meinen Gegenüber kleiner wirken zu lassen, um ihn zu beeindrucken. Und im besten Fall, und im besten Fall rennt er weg, beziehungsweise gibt den Kampf direkt auf. Denn Wut ist Kampf, meistens um etwas. Früher war es das Leben, die Sippe, die Fortpflanzung, das Essen. Heute geht es meistens um Recht haben und Macht. Jetzt haben wir aber inzwischen ein bisschen mehr Grips im Kopf als zu Zeiten unserer Steinzeitvorfahren. Und wir können unser Wirken und Tun überprüfen. Ein Stück weit haben wir über unsere Wut Kontrolle. Besonders, wenn wir erkennen, dass wir wütend sind. Wir erkennen also diese starke Emotion als das, was sie wirklich ist. Ein Kampf um Recht und Macht. Ist Wut dadurch per se schlecht? Nein, sie ist dafür da, dass wir erkennen, dass etwas nicht richtig ist. Und dieses Gefühl darf hochkommen. Wie sollen wir sonst erkennen, dass wir uns um dieses Thema, diesen Menschen, diese Situation kümmern müssen? Es geht also nicht darum, die Emotionen zu unterdrücken, sondern sie zu erkennen und dann zu entscheiden, was mache ich mit ihr. Das hat den unbestreitbaren Vorteil, dass ich mir aussuchen kann, auf wen ich wütend bin, beziehungsweise mit wem ich einen Streit anfange. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ein Mitglied des Haushaltes hat einen schlechten Tag und fühlt sich ungerecht behandelt. Um was es geht, spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Dieses Unrecht wird laut und anklagend vorgetragen und du hast das Gefühl, du hast damit überhaupt nichts zu tun. Dein Gegenüber ist aber der festen Überzeugung, dass du die Hauptschuld an der ganzen Misere trägst. Jetzt könntest du auch in Wut geraten, weil du dich ja zu Unrecht angeklagt fühlst und es bricht ein völlig unkonstruktiver und sinnloser Streit aus. Am Ende fühlen sich beide Parteien im Recht und es geht erstmal keinen Schritt vor und zurück. Beide fühlen sich dabei sehr unwohl und im Laufe der Zeit erkennen beide, dass dieser Streit unsinnig war und überhaupt nicht zum Ziel führt. Viel besser und zwar für beide wäre es, wenn eine Partei erkennt, dass der Streit um etwas völlig Lapidares geht und man viel besser dem anderen einfach Recht gibt. Denn du erkennst, dass es sich nicht lohnt, um so eine Kleinigkeit zu kämpfen. Mit dem einfachen Satz, du hast recht, erstickt man die Streitigkeit im Keim und die gegnerische Partei kommt sofort aus der Wut heraus. Denn die Wut wird ersetzt durch ein totales Erstaunen und das versetzt beide Personen in die Lage, das Problem zu lösen. Und zwar ohne Wut, ohne Streit, ohne Schreien, ohne Türenknallen. Jetzt könntest du sagen, aber ich kann doch nicht immer allen Recht geben. Das ist völlig richtig, das solltest du nicht tun. Aber erstaunlicherweise drehen sich viele Streitigkeiten und Wutanfälle um Dinge, die es absolut nicht wert sind. Und wenn du alleine diese Streitigkeiten, diese Wutanfälle von Anfang an einfängst, dann wirst du sehen, wie viel Streit und Wut aus deinem Alltag einfach verschwinden. Wenn du also selbst wütend wirst, weil dich etwas ärgert oder jemand dich mit einer Anklage überfällt, dann nimm dir zwei oder drei Sekunden Zeit, um zu überlegen, ob die Sache auch wirklich einen Streit wert ist. Sobald du das beurteilt hast, ist es an dir zu entscheiden, ob du diesen Streit möchtest oder nicht. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, dann kann ich meine Sachen, die mir wichtig sind, auch ohne Wut und Streit verhandeln. Du entscheidest, ob Krieg oder Frieden in deinem Kopf herrschen. Übrigens funktioniert das auch im Berufsalltag. Wenn du einen cholerischen Chef oder eine Chefin hast, dann kannst du solchen Anklagen und Wutanfällen ganz elegant ausweichen. Natürlich sagst du dann nicht, du hast Recht. Das dürfte die Situation im Büro nicht hergeben. Aber du kannst etwas anderes für dich tun. Wenn jemand dich anschreit, kannst du immer sagen, so können sie nicht mit mir reden, ich lasse mich von niemandem anschreien. Sie können gerne in vernünftigem Ton mit mir reden. Wenn sie soweit sind, kommen sie einfach auf mich zu. Und dann drehst du dich um und gehst. Dazu gehört ein gewisser Mut, das gebe ich zu. Aber es lohnt sich, solchen Menschen eine klare Grenze zu setzen. Und das fühlt sich richtig gut an. Wenn du mehr wissen möchtest über Gefühle und Emotionen und wie du sie für dich einsetzen kannst, dann abonniere doch total emotional den Podcast für Frauen und freu dich auf die nächsten Folgen. Bis dann!